Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde am Tele-Stammtisch. Marshall, Rayland, Gibbons ist nach 8 Jahren Pause wieder zurück. Ich bin der Sven und an meiner Seite ist das bayerische Cowgirl Theresia. Hallo! Servus, hi! Justified ist zurück. Und zwar mit einer neuen Staffel, 8 Folgen, 50 Minuten, erschien am 6.9. auf Disney+. So Theresia, wie stehst du zu Justified? Ja, es ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich habe nicht sehr viele, aber die ist eine davon. Und ich habe damals, wo die im Fernsehen kamen, sehr gerne gesehen und war dann ziemlich enttäuscht oder ziemlich wütend, als es dann nach der zweiten Staffel aufgehört hat. Und ich mir gedacht habe, ja toll, was soll das jetzt? Muss ich mir halt die restliche Staffel dann auf DVD kaufen? Ja, so ging es mir in etwa auch. Ich hatte mit der ersten so ein bisschen meine Probleme. Die haben mir dann das Konzept ab der zweiten umgestellt und es war einfach spaßig. Es war immer was los. Es gibt tolle Dialoge. Es gibt ein bisschen Hillbilly. Also, was heißt ein bisschen? Es gibt ordentlich Hillbilly. Und es gibt natürlich Boyd Crowder. Ja. Gut, dass sie den haben leben lassen nach der ersten Folge. Allerdings, ja. Hast du dich gefreut, dass es weitergeht? Ja, also ich habe mich sehr gefreut, dass ich das irgendwie vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren irgendwie gehört habe, dass es weitergeht. Und ich fand es dann irgendwie interessant oder spannend zu wissen, wo die Reise hingeht. Also, wie genau sie diese Neuauflage dann veranstalten wollen. Und jetzt, wo es halt immer so näher gerückt ist, war ich aber auch etwas nervös. Weil ich dachte, okay, passt das, wenn es mir jetzt aber nicht gefällt? Kommt das an die alte Serie ran? Wie wird es denn sein? Also, ich hatte schon hohe Erwartungen. Das muss ich gestehen. Ja, es ging mir auch so. Ich hatte bei Conan O'Brien, bei einem Interview zwischen Olyphant und ihm, hat er sowas anklingeln lassen. Aber er hat am Anfang nicht verraten, um was es genau geht. Viele haben sich es dann gedacht und haben gebetet. Und ich habe es auch gehofft. Und es war dann tatsächlich so, es kommt eine neue Staffel Justified. Und ich habe mir den ersten Trailer angeguckt und dachte, uh, Locationwechsel, irgendwie alles ein bisschen neu. Okay, hm, weiß ich nicht, könnte, könnte aber auch nicht. Also, es war Vorfreude und Angst, war gleich hoch. Ich habe mir Gott sei Dank nur einen Trailer angeguckt. Dann habe ich gedacht, ich will nicht mehr wissen. Ging mir genauso. Ich habe auch nur versucht, einen Trailer auch zu entscheiden, damit ich so ein Feeling kriege. Und dann so, ja, okay, das war es. Aber ich würde mich dann überraschen lassen, wenn ich mir die Folgen wo schaue. Genau, man will ja da nicht zu viel wissen, weil es wird ja immer gerne immer mehr verraten, wenn es ja immer so blöd. Um was geht es denn in der neuen Staffel? Ja, in der Staffel ist Raylan am Anfang mit seiner 15. Tochter unterwegs mit der Willa. Und, ja, muss dann quasi so einen Zwischenstopp in Detroit einlegen, wegen einem Gerichtsverfahren. Und weil dann später der zusätzliche Richter dann auch noch ermordet wird, wird halt Raylan als beteiligter US-Marshal von dem dortigen US-Marshal-Büro dazu abgestellt, dass er sich jetzt hier bitte zusammen mit der Polizei um den Fall kümmert, um die Klärung, was denn hier los ist. Und ein großer Hauptverdächtiger ist eben ein gewisser Clement Mansell, dem aber so wahrscheinlich nie irgendwas nachgewiesen werden kann. Genau. Vielen Dank. Ja, fangen wir erst mit dem Location-Wechsel an. Was, oder andersrum, hat es dir gefallen oder dachtest du, hast du sofort zurück nach Harlen? Ja, also sag ich mal so, es ist wie wenn man ein Reiseunternehmen und sich dann denkt, naja, zu Hause ist dann doch ganz schön. Ich fand diesen Ausflug nach Detroit nicht verkehrt. Wie gesagt, ich habe es nicht verstanden, warum es ausgerechnet Detroit sein soll, weil Raylan ja offiziell eigentlich nach Miami versetzt worden ist. Deswegen hat es mich gewundert, dass der Fall halt nicht in Miami spielt. Aber dieser Location-Wechsel war jetzt nicht verkehrt, eben auch, um zu sehen, ob Raylan eh so mit dieser Großstadt zurechtkommt, weil er die letzten Jahre halt immer nur so, würde ich sagen, eher ländlich unterwegs gewesen ist. Und es ist halt auch nicht nur eben dieser Ortzweck, sondern man merkt auch von der Machart her, dass es auch so stylisch ein bisschen ein Wechsel ist, weil du jetzt hier öfters eben so diesen Blaufilter hattest, was ich aber nicht verkehrt finde. Das fand ich interessant. Das war halt immer so ein anderer Look, den die Serie hatte, weil Kentucky Westen war halt immer mehr so orange, so in lötlichen Tönen gehalten. Nee, fand ich sehr interessant. Also ich war gespannt, wo das hinführt. Ging mir auch so. Also bei mir hat es auch wirklich die Waage gehalten. Ich dachte, nee, Großstadt könnte funktionieren. Hallen ist aber Hallen. Naja, das gewohnte Umfeld. Ja, ich war auch etwas zwiegespalten, wie ich das Ganze so aufnehmen soll. Ich hatte mich schon darauf gedacht, naja gut, in Großstadt kannst du halt mehr machen. Aber sind wir ehrlich, Justified lebt jetzt auch nicht gerade von ziemlich großkotzigen Verfolgungsjagden und super-Mega-Explosionen. Also es war ja bei Justified immer dieser Charme, dass er immer jeden gekannt hat. Dass er halt immer so etwas familiäres hat, obwohl du genau weißt, der ist ein Verbrecher, der ist ein Verbrecher, der ist ein Verbrecher. Was hältst du von dem neuen Bösewicht Clement Mansell, dargestellt von Boyd Hallbrook? Ja, zu Anfang fand ich ihn ganz interessant, wo der da eingeführt worden ist. Er hat irgendwie eine Affinität, Autos zu klauen. Weil ich weiß nicht, wie oft in der Staffel er Autos geklaut hat. Ziemlich oft, in jeder Folge zwei, drei, gefühlt. Ja, er hat auch so eine leicht psychopathische, soziopathische Neigung. Du weißt jetzt, eigentlich soll es mir vielversprechend gewesen sein, das so dann als guter Antagonist zu wirken. Aber je länger, ich muss gestehen, je länger das die Serie gedauert hat, desto mehr hat er mich genervt. Vor allen Dingen, wenn er dann immer zu Hause in dem Kimono und in dieser weißen Unterhose rumgelaufen ist, habe ich gedacht, dich kann ich nicht ernst nehmen. Und ich habe mir nur gedacht, Raylan, bitte erschießen. Ja, das stimmt. Die Kimono und die Monster, Boxer, Schießer, Feinrib haben mich auch immer wieder. Und vor allen Dingen waren die ja echt, echt groß. Oh, Wahnsinn. Übergekehrt, was das ist. Das finde ich auch schon wie eine Bindel. Ja, genau. Es ist halt, ja, ich finde wirklich, er bekommt zu viel Screamtime, auch wenn er einer der Hauptnebencharaktere ist. Aber es gibt ja viele Nebencharaktere. Wir haben ja nicht nur ihn. Er ist zwar der Hauptbösewicht, aber wir haben dann natürlich noch eine Staatsanwältin. Wir haben dann noch einen Barbesitzer, einen Zwielichtigen natürlich. Ja gut, der ist ein Lebensgefährte, bekommt jetzt nicht so viel. Aber Raylan ist am Anfang ja auch nicht allein unterwegs. Es nimmt auch noch so ein bisschen Platz ein. Denn ihn begleitet seine Tochter, die er nämlich in einem Feriencamp absetzen soll, weil sie einem anderen Mädchen die Nase gebrochen hat. Hm, muss ich das, was sie hat. Gut, Frage. Ja, kommen wir erstmal zur Tochter, bevor wir die anderen abklappern. Wie hat dir die Tochter gefallen? Ich fand die sehr gut. Die ist ja gerade in so diesem Teenager-Nervalter und man merkte, dass sie von ihrem Vater aufgrund seines Jobs wohl nicht so viel Zeit mit ihm verbringen konnte wie bisher. Deswegen war das jetzt auch mehr so eine Art kleiner Roadtrip quasi geplant. Ansonsten ist die halt so der, manchmal so der bockige Teenager, ich kann, ich habe keine Kinder, ich kann da nicht mitreden. Aber es hat mich nicht so sehr genervt, wie ich gedacht habe. Es gab ein paar Szenen, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist es ein bisschen drüber, ihr Verhalten, oder jetzt ist sie wie eine Fünfjährige. Aber es gab auch so zwei, drei Szenen, die ich wirklich gut gefunden habe. Und ich hätte mir gedacht, dass da ein bisschen mehr mit ihr noch passiert in der Staffel, aber das kam dann leider etwas anders. Ja, ich war am Anfang auch so, ich war sehr skeptisch, weil ich dachte, oh, bitte nicht. Ich will jetzt keine Tochter nebendran haben, die dann irgendwie ab und zu mal den Moralapostel spielt, wenn der Vater mal wieder kurz vorm Amok laufen ist. Aber ja, es war dann doch ganz gut und dadurch, dass es halt ja seine echte Tochter ist, also Villa wird gespielt von Vivian Olyphant, hat es für mich auch gut funktioniert. Und es gibt ein paar tolle Szenen, die sie zusammen haben und sie nervt Gott sei Dank nicht ganz so krass. Ich sage es jetzt, wie es ist. Dieses Verhalten, was sie da an den Tag legt, für 15 ist low. Okay, du sprichst aus Erfahrung. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe mir auch gedacht, es könnte irgendwie noch schlimmer sein. Also sie könnte sich noch steigern. Ja, definitiv. Da ist immer Potenzial nach oben. Gut, aber das wird ja relativ schnell abgehandelt, was ich dann aber auch okay fand. Wie kamst du mit denen oder wie fandest du die anderen Charaktere? Kannst du jetzt gerne einen raussuchen? Ich war am Anfang überrascht von der Anwältin, weil ich hatte das ja so vorher irgendwie gelesen, dass eben dort die Anwältin von dem Clement Menzel eben so eine knallharte Anwältin ist, die halt ihren Mandanten immer und überall rauskloppt. Und ich dachte wirklich, die ist so eine eiskalte Anwältin, die halt aufbiegen und brechen, auch wenn sie weiß, dass ihr Mandant quasi schuldig ist, da versucht, den frei zu bekommen. Aber eigentlich, ja, hat sie dann doch auch Angst vor ihm. Und es ist mehr so eine komische Co-Abhängigkeit oder so eine Verschworenheit, wie so ein Bündnis, wo er eigentlich rauskommt. Und die fand ich dann noch ganz interessant, weil die dann zum Teil ja auch nur so ihre eigenen Ziele verfolgt hat. Bei den restlichen, also es gibt ja noch jede Menge Kollegen von Raylan und auch noch da so ein, eben dieser Sweetie, dieser Barbesitzer, der da auch irgendwie in der Vergangenheit von der Carolyn eine große Rolle spielt. Es gibt sehr viele Charaktere, was also dann auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, die aufzubauen. Aber die haben halt, also ich habe mich halt immer, ich habe es halt einfach verglichen mit der anderen Serie und da hat halt jeder Charakter, egal ob gut oder böse, den hast du halt in der, also du bist nicht in der alten Serie geliebt. Einfach so, wie der geschrieben gewesen ist, wie der aufgebaut gewesen ist. Vielleicht hast du das einfach in der Kürze der Zeit in dieser Serie jetzt nicht hinbekommen, aber irgendwie haben wir gedacht, ihr seid alle irgendwie so blass irgendwie. Jetzt fehlt so immer nur so dieser letzte Kniff irgendwie in den anderen Charakteren. Das stimmt gerade so. Also er bekommt auch einen Partner, der ist eigentlich ziemlich unnötig. Ja. Also ich frage mich so, als dazwischendrin taucht er immer wieder mal auf. Habe ich mir mal gedacht. Wo ich mir auch gedacht habe, naja, ich meine, es ist krass, wie alt Deacon von King of Queens, wie alt er geworden ist. Das habe ich mir auch gedacht, ja. Aber auch so seine Mitkollegen, da gibt es auch einen, den fand ich zwar witzig und auch amüsant, aber der taucht auch immer nur so in der Folge, ich glaube so drei, vier Minuten auf, sagt irgendeinen Spruch von wegen, schießen ab, uns interessiert eh keine Sau. Und das war's. Also dann ist er wieder raus. Genau. Und eine Kollegin, mit der er dann noch am meisten sogar jetzt immer interagiert, wird, ja, ist aber auch nicht so, wird auch nicht so richtig, wird auch nicht so richtig greifbar. Ne, da hätten sie tatsächlich die, den Hauptaugenmerk von, weil es gibt dann später Folgen, wo Sweetie mit Mansal unterwegs ist und da habe ich mir auch gedacht, das hätte der kürzen können und hätte das vielleicht eher in die anderen Charaktere, die nämlich später hinaus noch wichtig werden, mehr investieren sollen, damit man da vielleicht eine bessere Beziehung auch aufbaut. Ja, lustigerweise den Charakter, den ich eigentlich ganz cool fand, der war nur, glaube ich, in einer Folge mit dabei. Das war dieser komische Kerl, den da dieser eine reiche Schlüssel dann engagiert hat, der da dann eigentlich mit Sweetie dann zusammengearbeitet hat und ich habe mir gedacht, den finde ich cool und der war leider nur eine Folge dabei. Äh, ja, stimmt. Ich habe den Namen vergessen. Luke, weiß nicht, ob er irgendwie so war's. Ja, ich glaube, es war auch nicht mal sein echter. Ja. Der hat ja, glaube ich, sowieso nur Pseudonyme benutzt. Das stimmt. Nee, soweit ist es so, dass ich mir überlegt habe, wie, wie wäre es für dich oder was müsste man ändern, um, um es komplett für dich perfekt zu machen? Du kannst drei Dinge ändern. Gute. Ähm, ich würde wieder gerne, also, ähm, ich würde wieder gerne nach Kentucky, glaube ich. Ähm, ich hätte vielleicht auch gerne nochmal, also, unabhängig jetzt zur letzten, zur letzten Folge, hätte ich gerne vielleicht noch irgendwie so einen früheren Charakter, der in der Serie mitgespielt hat, so einen von seinen früheren Partnern und, ja, durchaus wieder ein Gegner, halt, ähm, wo es wirklich wieder schöne Reibungspunkte gibt, wo es dann wieder irgendwelche Treffen und Unterhaltungen gibt, wo quasi so die Fronten geklärt werden. Also, ich wünsche mir da halt wieder bessere Storys und bessere Geschichten. Also, besser ausgearbeitet, oder? Ja. Okay, okay. Für die, für die Folge wäre es tatsächlich so, dass ich eine Episode weniger genommen hätte. Ich hätte die Hauptaugenmerke gleichmäßiger verteilt und, ja, ich hätte tatsächlich auch noch gerne einen Charakter gehabt, der, der noch mehr Reibung erzeugt und den er auch noch von früher, von früher mehr kennt. Ich, ich fand's ja an und für sich eigentlich auch ganz, ganz, ganz cool, dass die jetzt nicht auf Biegen und Brechen versucht haben, jetzt halt, ähm, alle Charaktere aus der früheren Daffel dort irgendwie in den, in den Folgen auftauchen zu lassen, so quasi als, als Fans, so wie gesagt, taucht mal hier der Partner auf, dann taucht die frühere Kollegin auf. Das fand ich ganz gut, dass da jetzt nicht so ein Schaulaufen der alten Charaktere gewesen ist, aber man muss auch sagen, Ende lässt, ähm, ja, ich hab das Ende mit großem Vergnügen gesehen, sagen wir mal so. Ich hab's auch, ich hab's richtig, ich hab's gefeiert, wir werden nicht verraten, was passiert. Ah, wer mir noch ziemlich auf die Nerven gegangen ist, bevor wir jetzt zum Fazit kommen, ist Sandy, die Freundin von, von Mansell. Ja, schwierig, also, es gab auch Situationen, da hat's mich eigentlich ganz gut gefallen und alles hat mir gedacht, ja, okay, du bist ne Sandy, alles klar, ich versteh's. Am Ende hat's mir tatsächlich wirklich leid getan, aber so zwischendrin dachte ich mir auch, sag mal, du kriegst doch mit, was dein Freund macht, da kannst du doch nicht das machen und das machen und das machen und hoffen, dass er dich jetzt nicht bestraft. Ah, das Leben macht blind. Ja, natürlich, aber es gibt halt auch so ein, also eine, das ist diese Szene auf der Brücke, die, die fand ich, die fand ich eigentlich für Justified schon fast zu billig. Ja, aber da hat's ja trotzdem, also ich fand die aber alle entstellt, weil da hat's so mit sich gehauen und mir gedacht, ja, okay, jetzt bist du halt nicht einfach immer nur die, ähm, ähm, Tu City quasi alles macht, nur was er ihr sagt, aber dann warst du sich nachher, aber dann schon wieder zu unsicher und mir gedacht, ja, okay, jetzt ist der Moment wieder vorbei. Ja, ich dachte noch, ah, komm, nee. Das Witzige ist, später kommen wir auf derselben Brücke zur selben Szene eigentlich, bloß aus einem anderen, aus einer anderen Perspektive und da laufen die 50.000 Mal ums Auto rum, bevor sie sich an die, ans Geländer wagen. Ich hab mir auch gedacht, da gibt's sieben Folgen lang geht's, geht's um dieses eine Teil gefühlt und dann wird es einfach so, wow, entsorgt. Da, und da nimmt sie wieder Fahrt auf, deswegen finde ich wirklich vielleicht eine Folge weniger und das ein bisschen anders da verteilt haben. Ich fand doch, ich war da am Anfang auch, ich glaub, das war dann so die Folge dann, wo ich mir eingedacht hab, weil, ähm, dann war doch das mit diesem, mit diesem, mit diesem Schutzraum, wo dann dort das Tor untergelassen ist und ich hab mir gedacht, eh, das kann doch jetzt aber nicht so enden. Ich hab mir gedacht, das geht doch nicht, ich hab mir hier irgendwie so ein anderes Ende, so eine andere Art Showdown gewünscht und nicht das. Ja, und ich hab auch noch gedacht, das könnt ihr jetzt aber eigentlich nicht so lassen. Ja. Obwohl, gut, also es war krass und ich hab die Albaner schon ein bisschen gefeiert, aber es wär halt eher untypisch gewesen und, naja, gut. Das war auch so eine Geschichte mit den Albanern, warum, also zum einen, ah, hätte ich sie nicht unbedingt gebraucht, gut, dann wurden sie eingeführt und dann hast du wieder, das war dann eine Folge lang Thema, dann wieder zig Folgen lang nicht und zum Schluss kam, ach ja, die gibt's ja auch noch. Ja, ja, das ist das, wir haben's wirklich ein bisschen ungleichmäßig verteilt. Willst du noch ein kurzes Fazit raushauen oder hast du noch irgendwas, was loswerden will? Gut, das, was ich dir schon gestimmt gehabt habe, ich kann jetzt jetzt noch sagen, ich hatte auch Angst, weil, also ich hab ja die deutsche Synchronfassung angehört und angeschaut, weil ich, das ist mir zu stressig, das auf Englisch zu gucken mit deutschen Untertiteln oder mit englischen Untertiteln, ich will mich da einfach nur beriesen lassen und war natürlich da auch noch sehr gespannt, wie die deutsche Synchronstimme jetzt von Rayleigh, ich dachte nur, ja, hoffentlich haben die, jetzt haben sie es nicht versaut und einen neuen Synchronsprecher sich geholt. Und dann höre ich so die ersten zwei Sätze und ich so, scheiße, sie haben's versaut, das passt nicht, das klingt komisch. Und dann hab ich aber nachgegoogelt und hab festgestellt, nee, es ist der gleiche Synchronsprecher, nur er ist halt auf achtjährige Alter, die Stimme, also irgendwie klang die am Anfang echt sehr fremd für mich. Mit der Zeit ging's dann, aber das war sehr komisch. Ja, man gewöhnt sich dran, aber es war auch erst, ich dachte noch, ach, oh Gott, was ist denn das jetzt? Und hab dann aber halt auch nachgegoogelt und dachte, okay, gut, ja, ist halt so. Auch die, auch die Stimmen werden älter. Genau, nee, das wär jetzt so noch mein letzter Punkt gewesen, ansonsten können wir jetzt auch gern zum Fazit. Okay, dann hau's schnell raus. Okay, ähm, also, ich hab mich sehr über diese neue Serie, neue Staffel gefreut, ähm, ich freu mich jetzt noch mehr auf die zweite Staffel, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich hoffe, dass das wieder so mich zurückbringt nach, äh, Kentucky. Ähm, ich fand, wie gesagt, die Staffel jetzt halt nicht verkehrt, es war nicht so, es hat für mich persönlich nicht das erreicht, was Justified früher gewesen ist, ähm, es gab, ähm, ähm, schon interessante Charaktere und auch interessante Storys, aber sie haben es nicht geschafft, es irgendwie harmonisch miteinander zu verknüpfen oder, ähm, manche Sachen, die sie aufgegriffen haben, auch weiter zu verarbeiten. Es gab immer gute Ansätze, sie hat es leider nicht geschafft, irgendwie daraus sowas wirklich Gutes irgendwie, ähm, äh, zu entwickeln oder noch, noch bessere Szenen dann daraus zu entwickeln. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich sehr viel Spaß auch mit der Serie, ich war wieder froh, ähm, Raylan und sein, sein Pooh zu sehen, ähm, und ja, wie gesagt, ich freue mich wirklich, wenn es jetzt weitergeht. Genau, also mir geht es im Grunde genommen fast genauso. Ich hatte auch meinen Spaß, ich finde, der Humor ist super erhalten geblieben. Es ist für Quereinsteiger auch eine Serie, die man sich angucken kann. Es verlangt eigentlich kein großes Vorwissen, es ist zwar ganz nett, wenn man was weiß und auf diesen besonderen, auf dieses besondere Ende hin, macht es dann natürlich nochmal mehr Spaß, aber wenn man das gesehen hat und sagt, ey, das könnte eigentlich doch was sein, kann ich auf jeden Fall empfehlen, die sieben Staffeln vorher, sieben waren es, gell? Sechs Staffeln. Sechs, oh, die sechs Staffeln vorher sich anzugucken, bevor es dann weitergeht, wir werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen warten müssen. Es ist auch alles auf Disney Plus, also die neuen wie die alten Staffeln, alles auf Disney Plus, kann man sich gerne angucken. Also könnte in einem Rutsch durchspinchen bis der Fernsehquall. Genau, lustigerweise, ich habe auch wieder angefangen. Ich gebe es zu, ich bin schwach. Also ich sehe Prime Evil als Appetizer, freue mich mega auf die zweite. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer Besprechung, konntet euch ein bisschen was rausziehen. Werdet Justified-Fans, ist es auf jeden Fall wert. Wagt einen Blick in Justified City Prime Evil und dann verabschiede ich mich schon mal und das Schlusswort hat die Theresia. Tschüss, tschüss. Macht es gut, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.